Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, pedantischer Prozess, anzunehmen bei Mera, in Suwama, an dieser Position. Bin hier in einem Gebäude, aber ich muss ja gleich hinauslaufen, da seht ihr den Eingang. Vor Quest war ihre Stärke Nutzern, Quest ist angenommen, in diesem Gebäude war die Mera drin, oder der Mera, ich glaube es ist weiblich, und nun darf ich mich zu Nomi begeben. Da bin ich auch schon, das ging schnell. Quest ist abzugeben bei Nomi, in Suwama, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch dafür auch so einen Abonnierknopf hier in der Mitte ein, würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Eizoke Ende.